Hallo, ich bin der Jan Schwab. Ich arbeite für die junge Welt als Freelancer und für das Revolt Magazine, was ein linkes Kollektiv ist. Wir haben verschiedene Vorläuferprojekte gehabt, wo Leute von uns aktiv waren. Im Kritisch Lesen zum Beispiel, andere Leute hatten vorher für die junge Welt geschrieben, andere Leute hatten für das Lower Class Magazine geschrieben. Das heißt, wir sind Leute aus verschiedenen Kontexten und haben uns entschlossen, letztes Jahr ein Debattenmagazin zu gründen, was vor allem online erscheint, wo wir versuchen, demokratische und soziale Bewegungen, auch international, aber auch im deutschen Rahmen, kritisch zu begleiten von links und sozusagen für verschiedene Strömungen eine Debattenplattform zu stellen. Genau, also Max ist jetzt seit knapp einem halben Jahr Teil unseres Kollektivs. Also wir haben sozusagen einen Redakteurenstamm, in dem verschiedene Leute arbeiten, wo Texte redigiert werden. Und wir haben Leute, die öfter einfach mal für uns schreiben. Und Max hat im Prinzip beides gemacht und war Teil des Kollektivs. Und daher kenne ich Max, aber ich kenne Max auch schon länger sozusagen über meine Arbeit im internationalen Kontext. Max lebt seit mehreren Jahren in Ankara, in der Türkei. Zum einen wegen seinem Studium, weil er Politikwissenschaftsstudent ist. Zum anderen, weil er dort auch sozusagen journalistische Arbeit macht. Und hat für verschiedene Magazine auch geschrieben und für verschiedene Plattformen in Deutschland. Er spricht Türkisch. Deshalb konnte er die Geschehnisse, die in der Türkei passieren, sozusagen immer gut aufarbeiten, übersetzen und auch in Deutschland veröffentlichen. Und hat regelmäßig für die junge Welt geschrieben, aber auch für das US-amerikanische Jacobin Magazine zum Beispiel. Oder für andere Plattformen, wie zum Beispiel die Rosa-Luxemburg-Stiftung, hat eben auch wissenschaftlich publiziert. Und darüber hinaus war er auch bei dem Wahlkampf der HDP aktiv, also bei der sozialdemokratischen Partei in der Türkei, die sich auch für Minderheitenrechte einsetzt. Und deshalb kann ich sagen, ich habe Max immer als einen sehr ruhigen, sehr liebenswürdigen Menschen kennengelernt, der mit vollem Herzen Internationalist ist. Der mit vollem Herzen sich für demokratische Rechte weltweit einsetzt, für soziale Gerechtigkeit und Frieden. Und deshalb betrifft mich das natürlich insbesondere jetzt, dass er inhaftiert ist. Also diese Geschichte, die mit Max dort passiert, findet ja im Prinzip seit Jahren statt. Und nicht nur jetzt im Falle von Max einen explizit linken Journalisten, sondern viele Journalisten, liberale Menschen, die sich gar nicht politisch verorten würden, aber kritisch gegenüber der ultrarechten Erdogan-Regierung sind. Menschen, die einfach über Dinge recherchieren, die falsch laufen im türkischen Staatssystem. Aktivisten, aber auch staatliche Funktionäre, die massenhaft entlassen wurden. Auch im Polizeiapparat zum Beispiel, also es ist jetzt nicht nur die Presselandschaft, die davon betroffen ist. Und Max' Verhaftung ist in diesem Kontext zu sehen, weil Max nie ein Blatt vor den Mund genommen hat, was die Kritik an der ultrarechten Erdogan-Regierung anbelangt hat. Und immer seine Meinung publiziert hat, auch in der Türkei. In der Monatszeitschrift Toplumsal Özgülük hat er regelmäßig veröffentlicht. Und deshalb ist er in das Visier der türkischen Regierung gekommen, weil wir seit mehreren Jahren eine autoritäre Zuspitzung in der Türkei erleben, die Türkei in Syrien Krieg führt, Dschihadisten-Milizen unterstützt und gleichzeitig Erdogan als quasi Vorbereitung auf die anstehende Wirtschaftskrise in seinem Land den autoritären Sicherheitsapparat ausbaut. Und Oppositionsmitglieder von der CHP, also der sozialdemokratischen Partei in der Türkei, bis hin zur HDP, der eher pro-kurdisch orientierten sozialdemokratischen Partei inhaftieren lässt. Und was Max dort vorgeworfen wird jetzt wieder, er sei Mitglied einer illegalen kommunistischen Partei oder er sei Unterstützer der PKK, der verboteten PKK, das stimmt einfach nicht. Und das sind Behauptungen, die vom türkischen Staatsapparat und seinen Medien immer wieder verbreitet werden bei Menschen, die sich für demokratische Rechte und Minderheitenrechte in der Türkei einsetzen, um sie zu kriminalisieren. In der Türkei sitzen nahezu 270 Journalisten in Haft. Also da reden wir jetzt gerade noch nicht von den ganzen Funktionären, die entlassen wurden. Viele sind ja auch ins Exil gegangen von konkurrierenden konservativen Strömungen, aber auch Linke und Liberale, die inzwischen wieder ins Exil gehen. Und darunter eben auch Menschen, die jetzt nicht explizit Linke sind, sondern die auch für liberale Zeitungen schreiben. Und Max ist jetzt seit letzter Woche Dienstag, also um 5 Uhr morgens wurde er ja in Ankara in seiner Wohnung verhaftet, zusammen mit drei anderen Aktivisten und ist seitdem in Haft. Der Haftrichter hat jetzt sozusagen, weil er behauptet, dass es keine Beweise gäbe oder die Beweislage noch nicht vollständig gesichtet ist, die Haftzeit verlängert. Das heißt, zum derzeitigen Zeitpunkt können wir nicht sagen, ob er vielleicht demnächst entlassen wird oder ob er, wie andere Beispiele ja schon vor ihm, weiter in Haft sein wird. Ganz wichtig ist, und hier möchte ich mich ganz besonders an meine journalistischen Kollegen, auch von bürgerlichen Zeitungen, wenden, wenn ihr weiter über den Fall schreibt, wozu ich euch wirklich anhalten möchte, da dieser Fall eben nicht nur für einen linken Journalisten steht, sondern auch jeden von uns betreffen könnte, jeden Journalisten, der kritisch über Regierungspolitik berichtet. Ich möchte euch anhalten, dazu solidarisch weiter zu berichten. Ich möchte euch aber auch dazu anhalten, wenn ihr Informationen der türkischen Staatsmedien bekommt, die inzwischen hochgradig tendenziös sind und die klar die Meinung der Erdogan-Regierung wiedergeben, prüft sie kritisch, recherchiert gut, macht die Lage für unseren Kollegen nicht noch schwerer, indem ihr falsche Anschuldigungen einfach so übernehmt. Also, ich möchte euch anhalten, Vielen Dank.